Ich hab ihn aber abgegeben, weil ich spiele eh nicht. Oder spielst du den noch? Ich würde ihn gerne noch spielen. Egal, Matthäus, das ist wirklich ein Joke. Geben seine Power-Shots fliegen im Vergleich zur MAP. Huffa? Hm? Die fliegen krasser? Oder die fliegen geisteskrank, ich weiß nicht warum. Ich weiß was braucht. Obwohl, naja ist egal von dem. Von beiden, die fliegen.